Ich bin der Loste, der keine Ahnung hat und dann immer fertig gemacht wird, weil er im Kreis sich dreht. Oh, es geht los! Ich bin wieder Impostor. Ja, geil. Das ist die Karte und ich war einfach noch nie hier. LOL! Das ist schon mal eine gute Ausrede auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wo Aufgaben sind. Ich muss es so tun, als ob ich irgendwelche Aufgaben mache. Oh Gott, wie mache ich diese Karte zu? Geh da rein, komm, kill, kill, kill. Weg, 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 weg. Wind, da war Wind. Moin, Maise! Oh mein Gott. Da ist keine Aufgabe, stimmt. Die wissen jetzt, dass ich es bin, weil ich keine Aufgabe gemacht habe. Moin, Maise! Die Leiche liegt direkt vor diesem Lebenszeichen-Ding. Für den Kill kann ich Coco clearen. Ich wollte gerade sagen, ich habe Caruso die ganze Zeit bei mir gesehen. Ja, Coco hat beide Fools getankt. Ich kann alle Leute, die rechts waren... Als ob ich Raimi gekillt, hab ich Raimi gekillt! Yes, yes, yes! Ich habe unten hoch und Chad und Maise sind von oben runtergegangen. Das kann kein Imposter sein. Merkt euch das. Wenn später jemand Tim verdächtigt und ich tot bin, dann seid ihr dumm wie droht. Kann mir jemand die Karte mal schicken? Weil ich würde die gerne aufmachen, weil ich bin jetzt zum allerersten Mal. Das ist ganz oben. Ah, okay, danke. Das ist Myra, da drunter Spolos, in der Mitte. Bitte nochmal ganz kurz geordnet. Ich kann Coco clearen. Tim G und Reapers haben was, was ist mit dem beiden? Und Anni. Die drei kann ich nicht clearen. Ich sage euch nur, selbst mich kann ich nicht clearen. Tim ist aber, wer Tim einmal beschuldigt, ist dumm wie groß. Was versteht ihr nicht? Ich war alleine. Ich war oben bei diesem, ähm, hier, wie Medbay praktisch sah das aus. Warst du ein Specimen drin, Moki? Ja. Das ist ne Lüge. Doch! Entschuldigung. Okay, was hast du gemacht, Chef? Ich habe diese Aufgabe gemacht, wo du die Zahlen machst, neben Simon Says. Ey, das bringt jetzt nichts. Ihr seid auf jeden Fall 101, ihr seid beides das. Äh, wo war Anni? Anni mit Tim G und Reapers, oder? Nein, um rechts. Ich war auch oben, ich war auch oben rechts. Da waren drei Leute, ich weiß nicht, wer es war, aber da waren drei Leute oben. Anni kann da nicht gewinnen sein, Henk, der hat die Leiche gefunden. Ich war oben rechts, bin dann runter ins Office und da lag die Leiche. Aber wo warst du? Was geht? Ich war mit Coco die ganze Zeit zusammen, wir haben getargt. Ja, die helft der Zeit. Also ich habe dich ungefähr die letzten 20 Sekunden gesehen, oder drei Sekunden vor dem Boot. Okay, also. Wir haben es tatsächlich geschafft, irgendjemanden hier zu, äh, zu killen. Das Ding ist nur, dass, ähm, ich mich jetzt direkt, äh, gefühlt so beobachtet fühle. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ist doch das erste Mal, dass ich das spiele hier. Und wo liegt der Buddy? Hi. Der liegt genau unterhalb vom Startpunkt. Oberhalb von Storage. Ah. Da habe ich gerade die Leiche gefunden. Ich bin, hatte unten die Commentars gemacht. Bin rechts raus, habe dieses, ähm, Verbinden mit diesem Rad gemacht. Und bin dann, als das Licht raus war, Oberhalb von Storage lang gelaufen. Wollte gerade zum Light fixen. Äh, einmal kurz. Chef oder Mauki? Wer von euch war gerade über Electrical? Über, wo ist Electrical? Ich, ich weiß nicht. Ich war, ich war wieder... Kannst du mal zu Mauki? Dann war's Mauki? Ich bin zum Licht reingelaufen. Ne, eben nicht. Ich bin zu Licht rein, du bist am Licht dabei. Wir sind doch beide gleichzeitig zu Licht reingelaufen. Mauki ist so sass. Mauki kam genau aus der Richtung von Storage. Mauki kam aus der Richtung von Storage. Ja, ohne Witz. Ähm, Dena? Mhm? Es ist ein bisschen unfair, weil du die Map zum ersten Mal spielst. Aber was für eine Task hast du unten links gemacht? Ich habe gar keine Task gerade gemacht. Ich habe gesucht, wo die Tasks sind auf der Karte. Also ehrlich gesagt, er ist halt zum Weapons Task gegangen und ist einfach weggegangen. Er stand aber so da, als hätte er es faken wollen. Es sind für mich Dena und Mauki. Es sind für mich Dena und Mauki. Aber ich vote Mauki zuerst, weil sie jetzt zweimal zu sass war. Och man, ey. Ich weiß nicht, wo es hier links geht. Zu meinen Fake-Tasks muss ich gehen. Hier ist die Tür zu. Ist das eine Tür? Ich bin der einzige. Ich kann die wahrscheinlich aufmachen, oder was? Aber das sehen auch dann die anderen auch, dass ich sozusagen irgendwas mache. Ja, die vote mich eh gleich als nächstes raus. Ich muss eigentlich echt einfach versuchen, so schnell es geht, irgendjemanden zu töten. Oh Gott. Da haben wir ihn getötet. Und wir gehen so schnell es geht zu diesen Aufgaben hin. Okay, das geht jetzt echt nur, wenn ich so schnell es geht, alle Leute praktisch töte. Scheiße, warum geht das nicht auf? Scheiße. Garou, der hat mich gesehen. Okay, ich bin am Arsch. Der hat mich gesehen. Ach man, Pech. Schade. Sonst ist aber nicht schlecht. Immerhin. Moin. Äh, die Leiche liegt da jetzt schon ungefähr, ich würde mal schätzen. Oh, chillig. Drei Millionen Leute gestorben. Äh. Es muss Dena sein. Ja klar. Wo lag die Leiche? Nee. Okay. Die Leiche lag vor, ähm, vor Weitels. Und Dena kam raus. Aber ich glaube, es sind noch zwei Imposter, aber Reeps und Tim G sind safe und Coco ist Kucas für mich auch eigentlich safe. Welcher hat den jetzt aber auch einfach Kindlespring gemacht? Oder Reeps will die gerade was, äh, von? Ja, ich glaube, es ist Caruso. Ich glaube, es ist Caruso, Jungs. Guck mal, überleg mal, wenn Dings gestimmt hat, wenn, wenn, hört man zu, wenn Moki gestimmt hat und Caruso noch lebt und nur ein Imposter da ist und gerade zwei Leute gestorben sind, und zwei in einem Run und Dena das war, dann fress ich den Besen. Reeps, bist du, äh, Tim G bist du reporten? Dena, D, ich glaube, ich glaube, dass Dena ist, weil der ist extrem leise. Ich bin immer leise in jeder Runde, weil ich möchte nicht dazwischenreden immer, aber... Ja, ich vote Dena. Nein, warum? 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 Zwei Leute müssen gestorben sein. Coco kann mich, Coco kann mich, Coco kann mich clearen. Coco hat gesehen, wie ich zweimal getankt habe. Ja, Coco hat mich auch nicht safe. Tim, Fakt ist, du und dich sind safe. Das weißt du. Ja? Das weißt du, Tim. Wer hat denn report, Caruso hat reportet. Wo warst, wieso hast du reportet? Wo kamst du her? Redest du jetzt mit mir? Ja, wo kommst du her? Ich her. Oh, oh, wie der gefragt hat, nochmal rauszuzögern. Ich hab den Task am Lavasee gemacht. Und davor kam ich vom linken oberen Tank. Und ich hab geguckt, ob was Reeps gemacht hat, der oben links den Seismic Dings entschärft. Vielleicht wollt ihr da auf den Kill warten, aber andererseits... Ey, Reeps, es macht keinen Sinn, dass du Imposter bist. Aber so wie du gerade pushst, sei noch von den 3... Voting 2. Ich wotete Dohner. Ey, wenn's Dehner und Reeps sind... Nee, das macht Sinn. Tim und ich sind 100% safe. Ja, dann... Es ist aber Dehner dann. Oh mein Gott! Raph? Woopsie! Alright... Ähm... Bleib jetzt mal bei denen hier einfach nur für die Runde. Bleib einfach nur da, um zu hoffen, dass sie es nicht checken. So... Da ist so ein Fake-Ding, da kann ich stehen bleiben. Hoffen, dass alles okay ist. Ich kann weiter. Jetzt doch jemanden zu killen, weil einfach die Gelegenheit so gut war. Ich möchte jetzt nicht durch irgendein Loch gehen. Ich weiß aber nicht, wo ich denn rauskomme halt. Lieber nur ganz irgendwo weit weg. Scheiße, warum geht das nicht? Doch, Use... Okay, doch. Waiting for a second user, okay. Ich hab selbst entschärft, das ist gut. Weil ich glaube, dann gibt mir das die Dings, die... Ey, Weiß ist gestorben und es muss Dehner gewesen sein. Warum? Ich hab gerade entschärft dieses Reaktor-Ding. Ich hab gerade Reaktor gemacht. Jemand kann mich... Ich war die ganze Zeit bei Waitlis. Ich hab gesehen, als du schon dort was hab ich gesehen, das war ich tot. Und dann war ich halt... Gerade war ich so tot. Warte, Tim. Wer hat rechts den Reaktor gemacht? Ruhe, Karuso. Wo warst du, Tim? Ich war... Ding. Ich war unten rechts bei diesem, äh... Waitl-Ding. Und hab die ganze Zeit dort... Ich hab... ich hab oben gerade Reaktor gemacht, entschärft. Okay, es ist Karuso. Okay, es ist Karuso. Nein, 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 pass auf. Ich hab's im Vatzer gesehen. Nee, doch. Das ist Karuso. Tim? Nein, hab ich nicht. Hör zu. Ich sag dir ganz genau. Du warst weit, oder? Nein, du hast Tim gerade den Win geschenkt. Nein, ey, was? Das ist gar kein Sinn. Ja, Reap, hör mal ganz kurz zu. Ich bin's nicht. Und es ist auch ärgerlich, dass du es jetzt denkst. Aber Tim kam von Leitz, hat Leitz-Kicks. Äh... Wie hab ich den Win geschenkt? Nochmal wie? Tim G. Aber es kann doch nicht sein. Ich hab doch am Anfang gesehen... Nee, ich bin's nicht. Ich bin wirklich... Also, kann nicht sein. Ich bin's echt nicht. Ja, okay. Dann ist es Dena. Ich hab gerade... War oben rechts und hab gerade links gemacht. Und mich hat... Und mich hat jemand gesehen. Fuck! Es ist Dena. Sieß, Alter. Dena gewinnt einfach nicht. Jo, ich gewinnt das. Sieh... chiChiSSE AGH! Ich hab die BalleINNES! WOOOH! Ich habe den Raktor gefixt, obwohl ich Imposter war und bei meinem Double Kill hat niemand geglaubt, dass ich das war. Ich habe schon Double Kill alleine gemacht. Das war meine zweite Runde auf der Map, ich weiß wirklich nicht, es war ein bisschen Glück dabei. Ich habe das gerade so gefühlt, einfach nur heftig. Wir sind schon in der nächsten Runde, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Falls ihr habt, drückt einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, wie ich besser werden kann, weil das war echt richtig viel Glück gerade noch dabei und ich bin aber am Anfang hier in Among Us, aber es macht mir auf jeden Fall Laune. Also wenn es euch auch Spaß gemacht hat, Daumen nach oben und wir sehen uns. Ansonsten vielleicht auch im Stream auf Twitch, DenaTV, weil daher kommt auch diese Aufnahme. Macht's gut, ciao, ciao.